Es war ein sonniger Tag in einem großen Wald, als Lila, die kleine, mutige Fledermaus, aufwachte und aus ihrer Höhle flog. Sie flog kreuz und quer durch den Wald und suchte nach einem aufregenden Abenteuer. Ihr treuer Begleiter Lenne, ein kluger Waschbär, begleitete sie wie immer auf ihren Abenteuern. Plötzlich hörten sie ein lautes Geschrei aus der Nähe. Es klang wie das Heulen von hunderten Tieren. Lila und Lenne flogen sofort in die Richtung des Schreis, um zu sehen, was passiert war. Als sie näher kamen, sahen sie eine große Ameisenkolonie, die in Gefahr war. Eine Gruppe von wilden Tieren, angeführt von einem riesigen Bären, hatte die Ameisenkolonie angegriffen und drohte, sie zu zerstören. Lila und Lenne wussten sofort, dass sie den Ameisen helfen mussten. Sie flogen näher und beobachteten die Situation aus der Luft. Sie sahen, dass die Ameisen tapfer kämpften, aber gegen die wilden Tiere keine Chance hatten. Lila und Lenni besprachen, wie sie den Ameisen helfen könnten. Lenni hatte eine Idee. Er wusste, dass Ameisen sehr stark sind und in der Lage sind, große Lasten zu tragen. Er schlug vor, dass sie die Ameisenkolonie in Sicherheit bringen, indem sie sie auf ihren Rücken tragen. Lila und Lenne setzten ihren Plan sofort in die Tat um. Lila flog zur Ameisenkolonie und rief den Ameisen zu, dass sie sich auf Lennes Rücken setzen sollten. Die Ameisen waren zunächst skeptisch, aber als sie sahen, wie stark Lenni war, begannen sie sich auf seinen Rücken zu setzen. Lila und Lenni trugen die Ameisenkolonie sicher durch den Wald. Sie flogen schnell und waren sehr vorsichtig, damit die Ameisen nicht herunterfielen. Schließlich brachten sie die Ameisenkolonie an einen sicheren Ort, weit weg von den wilden Tieren. Die Ameisen waren sehr dankbar und bedankten sich bei Lila und Lenni für ihre Hilfe. Sie baten Lila und Lenni, ihre Königin zu treffen, um sich persönlich bei ihnen zu bedanken. Lila und Lenni folgten den Ameisen zu ihrer Königin. Sie trafen eine riesige Ameise, die auf einem Thron saß. Sie war sehr beeindruckt von dem Mut und der Klugheit von Lila und Lenni und bedankte sich herzlich bei ihnen. Die Königin der Ameisen bat Lila und Lenni um einen Gefallen. Sie erklärte, dass ihre Kolonie durch den Angriff der wilden Tiere geschwächt worden war und dringend Nahrung brauchte. Sie bat Lila und Lenni, Nahrung für ihre Kolonie zu beschaffen. Lila und Lenni waren sofort bereit, der Königin der Ameisen zu helfen. Sie flogen los und suchten nach Nahrung für die Ameisenkolonie. Sie fanden Beeren, Nüsse und Samen und brachten sie zurück zur Kolonie. Die Ameisen waren sehr glücklich über die Hilfe von Lila und Lenni. Die Königin der Ameisen bedankte sich erneut bei den beiden und lud sie ein, in der Kolonie zu bleiben und sich auszuruhen. Lila und Lenni waren sehr müde und nahmen die Einladung dankbar an. Sie blieben für einige Tage in der Ameisenkolonie und halfen den Ameisen, ihre Nahrungsvorräte aufzustocken und ihre Verteidigung zu stärken. In dieser Zeit lernten Lila und Lenni auch viel über das Leben der Ameisen. Sie erfuhren, dass Ameisen sehr fleißig und organisiert sind und dass sie in einer gut strukturierten Gesellschaft leben. Lila und Lenni waren sehr beeindruckt von der Intelligenz und der Zusammenarbeit der Ameisen. Nach einigen Tagen entschieden sich Lila und Lenni, weiterzuziehen und weitere Abenteuer zu erleben. Die Ameisen bedankten sich nochmals bei den beiden und wünschten ihnen alles Gute auf ihren Reisen. Lila und Lenni flogen durch den Wald und entdeckten viele neue Orte und Wesen. Sie trafen auf sprechende Bäume, mutige Eichhörnchen und freundliche Vögel. Jedes Mal, wenn sie jemanden trafen, halfen sie ihnen bei ihren Problemen und Abenteuern. Lila und Lenni erlebten viele aufregende Abenteuer und hatten viel Spaß dabei. Aber sie vergaßen nie ihre Freunde, die Ameisen und die Lektionen, die sie von ihnen gelernt hatten. Sie wussten, dass sie immer bereit sein mussten, anderen zu helfen und zusammenzuarbeiten, um schwierige Situationen zu überwinden. Und so flogen Lila und Lenni weiter, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erfahrungen, aber auch immer bereit, anderen zu helfen und für ihre Freunde einzustehen.